Der 484 Meter hohe Kalmberg gehört unserer Ansicht nach zu den Top 5 Sehenswürdigkeiten Wiens. Über die Höhenstraße gelangt man entweder mit dem Auto oder auch mit dem Autobus Linie 38a zum großen Parkplatz, wo sich auch die Josefskirche befindet. Diese römisch-katholische Kirche wurde 1629 fertiggestellt und etwas mehr als 50 Jahre später von den Türken in Brand gesteckt, danach aber wieder aufgebaut. Neben dieser geschichtsträchtigen Kirche befindet sich ein Aussichtspunkt, von dem aus man einen tollen Blick über Wien hat. Neben dem Suite Hotel befindet sich ein kleines Café, in dem man das Frühstück einnimmt, wenn man hier in einer wirklich tollen Suite mit Wien Blick nächtigt. Neben dem Aussichtsplatz befindet sich das Skylounge-Restaurant, in dem gut Brunchen, aber auch erfahrenes Abendessen möglich ist. Etwas weiter links ist noch die Modul-University Vienna. In dieser Privatuni kann man Wirtschaft oder Tourismus studieren. Wenn man die Höhenstraße wieder runterfährt, hat man bei einem weiteren Aussichtspunkt einen schönen Blick nach Kloster Neuburg mit dem wunderschönen barocken Stift Kloster Neuburg. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, ist ein Abstecher zum heurigen Weidlinger empfehlenswert. Weidlinger Hauptstraße 190. Circa 15 Minuten vom Kallenberg entfernt, findet man dort Schafe, Ziegen und auch viele andere Tiere zum Streicheln. Einen großen Bereich für Kinder gibt es hier auch und gutes Essen und Trinken.